Hallo Leute, willkommen zurück zu Let's Play Final Fantasy XIII. Ja, es geht weiter mit der Missionsjagd und natürlich mit dem Gegner vom letzten Mal. Ich habe mich jetzt ein bisschen vorbereitet und habe jetzt einfach mal ein paar Hexenreife gekauft, wie man das sieht. Und habe die auch dementsprechend gleich modifiziert. Und jetzt hat jeder zwei Hexenreife bekommen, hat eine magische Resistenz von circa 40 bis 50. Je nachdem, es ist 40. Venil ist sogar auf 49 gekommen, dank dem Runenreif, den sie noch ausgerüstet hat. Und Lightning kommt auf 43%. Und ich würde mal sagen, das ist einiges. Und so sollte es dann doch um einiges humaner sein. Nehme ich jetzt mal an. Vitalisator. Protektor. Und los geht's. Dann schauen wir mal, ob wir sie dieses Mal schaffen. Auf jeden Fall ist das jetzt eine ganz andere Ausgangssituation. Ähm, und vor allem eine viel, viel einfachere Ausgangssituation. Für mich. Würde ich jetzt mal meinen. So, denn dadurch, äh, fügt er mir, oh, oh Gott ist das toll, wie wenig Schaden die zufüge. Oh Gott ist das toll. Um Gottes Willen. Oh, 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 oh. Das war eine gute Idee. Das war eine ganz gute Idee. Das hätte ich von Anfang an so machen sollen. Oh Gott ist das großartig. Oh, das ist, das ist, das ist, das ist, das ist fantastisch, Freunde. So. Und jetzt schnell. Den Schockzustand. So hoch bringen, wie nur irgendwie möglich. Ähm, ich hätte dann, wäre es besser, gerne ein paar Buffs. Schön. Und jetzt ganz gern noch ein bisschen Schaden. Hier mit Kerberos noch so ein bisschen Schaden reinhauen. Oh, ja, ist das wunderbar. Sehr gut. So gefällt mir das. So, und jetzt erstmal wieder chillen. Heilen. Und Buffs erneuern. Ja, 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 ja. So läuft das sehr viel besser, muss ich sagen. Das ist ein riesiger Unterschied. Im Vergleich zu vorher. So. Kurz ein bisschen hochheilen. Währenddessen noch ein paar Buffs. Und so gefällt mir das eigentlich schon, muss ich sagen. Und somit kann ich eigentlich auf Trisaster gehen. So, ein bisschen den Schock in die Höhe treiben. Kurze Zwischenheilung. Ganz kurz mal, damit wir auch wirklich kein Risiko eingehen. Und gleich weitermachen mit dem Trisaster. Ach, es ist so toll. Es ist so wunderbar. Ja, und so gefällt mir das auch, muss ich sagen. Wenn ich mir den Schockzustand von ihm so anschaue. Oh, wunderbar. Wunderbar. Und jetzt ganz dringend noch eine Raserei reinprügeln. Ganz dringend Heilung. Ganz dringend. Das war gerade ein bisschen Hul, bisschen knapp von der Energie her. Bisschen sehr knapp. So, und jetzt noch mal hier kurz ein bisschen Schaden machen. Na komm, du versuchst noch so viel Schaden wie du irgendwie möglich zu machen. Der Erste ist down. Och, ist das schön. Ist das schön. Der Erste ist down. Darauf wird das jetzt um einiges gemütlicher. So, jetzt erst mal in aller Seelenruhe. Wunderbar. Hochgeheilt bin ich. Ein paar Buffs habe ich. So gefällt mir das. Das war jetzt ein bisschen zu viel Schaden für meinen Geschmack. Da hätte ich ganz gerne noch mal eine kleine Heilung. So. Jetzt kurz mit Trisaster in die Höhe pushen. Zwischendurch vielleicht mal kurz auf Blitzschlag wechseln. Damit der Serienbalken nicht gar so schnell sinkt. Oder auf grüne Front. Das ist auch eine Idee. Ja, ich glaube grüne Front ist dann eine bessere Idee. So, kurz mal grüne Front. Und mal kurz dafür sorgen, dass dieser scheiß Serienbalken nicht so schnell wieder sinkt. So. Wunderbar. Mhm. Schön. Und schon können wir da wieder weitermachen. Bis das Viech im Schock ist. Also, geh in Schock. Geh in Schock. Und Raserei. Kommt, 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 kommt. Der will noch mehr Schaden. Ja, so gefällt mir das. Das läuft doch gerade richtig gut. So. Dann noch kurz so ein bisschen. Wunderbar. Und jetzt einfach mit Kerberos den Rest geben. Und maximalen Schaden. Maximaler Schaden. Komm, 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 komm. Oh ja. Oh ja. Oh ja. Oh ja. Und noch kurz ein Schock zerberst. Und wunderbar. Sie sind down. 50.000 Kp. Was bekomme ich denn nettes? Ui. Ui. Ein Genji Armreif. Ein Genji Armreif ist was Leckeres. Ein Genji Armreif ist was richtig Leckeres. So. Den rüsten wir gleich mal Lightning aus. Was macht der nämlich? Wo ist er denn? Da. Schadens. Ui. Schadens Maximierung. Das bedeutet, wir können mehr als 999 zufügen. Äh, mehr als 99.000. Und das ist toll. So. Da hätte ich ganz gerne. Was hätte ich denn da noch ganz gerne drinnen? Hm. Tja. So eine Schadensresistenz 10%. Das wäre, glaube ich, ganz interessant. Oder ich bleibe einfach bei dem Hexenreif. Aber ich glaube, ich gehe lieber zu einer Schadensresistenz. Das ist mir dann doch lieber. Schocker habe ich noch? Schocker habe ich noch. Ähm. Hier nehmen wir als nächstes. Ähm. Angriffszauber plus 100. Das klingt doch schon mal gut. Vielleicht habe ich da noch was Besseres. Ähm. Nö. Autoena. Das klingt sehr gut. Das lässt. Das lassen wir. Ähm. Dann. Nochmal Angriffszauber 100. Ja. So kürzere Negativzustände. Das ist gar nicht mal so. So blöd. Und dann. Dann lasse ich dir einfach noch einen Hexenreif. Ähm. Dir gebe ich auch einen Hexenreif. Aber du sollst dann eben einen. Voll verbesserten haben. Und dann kannst du noch zusätzlich haben. Ähm. Da so eine Königswehr wäre vielleicht noch. Wäre noch ganz interessant. Ja. Da kriegst du noch eine Königswehr. Er hat kein Schocker mehr. Äh. Ich muss ihm wieder Schocker geben. Lalalalalala. Schocker. Subsidium Bonus. Nö. Lala. Schocker. ATB bei Sieg. Nö. Also entweder ATB bei Sieg. Oder Subsidium Bonus. Ja. Dann kriegst du einen Subsidium Bonus. Hauptsächlich habe ich einen Schocker. Okay. Somit wäre das geschafft. Glücklicherweise. Ähm. Ja. Wir haben wieder einen weiten Weg zu uns. Äh. Vor uns. Ich laufe jetzt mal wieder hier den ganzen Weg bis dorthin. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Bis gleich. So. Wir sind wieder bei unseren ganzen wunderbaren Missionsstatuen. Und nehmen wir gleich mal die nächste Mission an. Was haben wir denn hier schönes? Ushungalu. Yasha's moziv. E-mailt schlund. Weichu bescheiden. Äh. Klasse C wieder. Okay. Das könnte easy peasy werden. Der mag uns nicht Habe ich so das Gefühl Der mag uns nicht Kann ich ihn verübeln? Nö, kann ich nicht Naja, ich würde mal sagen, wieder ein kleiner Schnitt Und wir sehen uns, wenn nicht beim Gegner bin So, da bin ich wieder Sie greifen mich gleich an Da bin ich schon wieder Ich kämpfe mich jetzt hier durch Hallo, komm her Meine Herren Ach, ihr habt zu dem dazugehört Achso, egal Ja, wir haben jetzt eigentlich einen relativ einfachen Kampf Mal vor uns Da brauchen wir jetzt Weniger Gedanken machen Glaube ich jetzt mal So Und jetzt nur noch Ach, da ist ja noch eine übrig Vom Goblin-Gedöns-Teil Und jetzt nur noch dieser Ujungalu Den machen wir jetzt auch ganz schnell Ich geh, ich geh, ich geh, hörst du auch mit Giftschnauf So, mal kurz Trisaster Damit du auch wirklich in Schock gehst Wunderbar Und schon können wir ein Kerberus wechseln Okay Was bekommen wir denn Schönes? Ein Rosenspart Hey, besser als nichts Okay Und wieder den ganzen Weg Zurückrennen Ach, ich freue mich drauf Bis gleich Okay Und weiter geht es Die nächste Mission Was haben wir denn hier Schönes? Oh, wieder Ein Juggernaut Ein Oerba Meine Herren Das ist weit Oerba ist sehr weit Ein Juggernaut ist Klasse A? Okay Ich hätte den Juggernaut jetzt eher in Klasse B eingestuft Für den Juggernaut muss ich aber kurz hier Ähm So So Und dann hätte ich da ganz gerne so Einen Manipulator nämlich noch Hätte ich so ganz gerne Ähm Aber Ich will da noch was anderes mit reingebaut haben Gut Es ist jetzt nicht so schlimm Bei einem Juggernaut Aber Ach, ich kann eigentlich So machen Ja Mach ich auch Okay Ich mach mich auf den Weg nach Oerba Zum Juggernaut Und dann sehen wir uns genau dort Wieder Okay Ich bin im Oerba angekommen Und hier sehen wir auch schon Den Juggernaut Analysiert müsstest du ja Eigentlich sein Aber wir können ja trotzdem nochmal nachgucken Ja Bist du Wunderbar Okay Das erste was wir bei dir machen wollen Ist eigentlich mal ein paar Debuffs auf dich drauf klatschen Und Uns selbst ein paar Buffs geben So Ja Das sieht eigentlich schon ganz Okay aus Würde ich jetzt mal meinen Was du da hast Ja Das reicht mir schon Das reicht mir schon Was du da hast So Jetzt mal kurz deine Deine Serienbonus Nach oben klatschen Oh Vielleicht schon mit der Dampfreinigung Du bist ja drauf Aber ich habe dir trotzdem noch Eine Raserei rein So Währenddessen gehen wir schon mal Auf Rache Kampagne Damit du wieder ein paar Debuffs Bekommst du dich Immer mehr Buffs Ist das nicht toll Oh Er hat schon wieder alles Wunderbar Sehr schön Dann können wir jetzt mal Weitermachen Ich gebe dir jetzt Oh wunderbar Er ist ein Schock So Jetzt hätte ich ihn ganz gerne Ein bisschen in der Luft oben Ach Das heißt es ja mein Brecher Dann machen wir weiter Mit Trisaster Wunderbar Und was kriegen wir Eine Königswehr Ja Ist okay Okay Ja Dann würde ich mal sagen Dann machen wir jetzt mal wieder Auf den Weg zurück Zu unseren ganzen Missionen Und nehmen die nächste an Bis gleich Okay Machen wir weiter mit der nächsten Mission Nehmen wir einfach gleich mal Die hier an Was haben wir denn da schönes Eine Gigantine Nochmal ein A-Monster Eine Gigantine ist doch kein A-Monster Also meiner Meinung nach Nicht Sag ich jetzt mal Weil Die kann man eigentlich auch Als B einsortieren Wenn nicht sogar Als Klasse C Weil Gigantine ist jetzt Wirklich nicht stark Aber okay Ist Klasse A Gut Dann würde ich mal sagen Nehmen wir das an Und er will wahrscheinlich Wieder rumschreien Er will wieder rumschreien Ja Dann würde ich mal sagen Ich mache mich mal auf den Weg Und Dann sehen wir uns Wenn wir Direkt vor der Gigantine sind Bis gleich So Das sind wir Vielleicht ist es deswegen Ein Klasse A-Kampf Weil es drei Gigantine sind Und nicht nur eine Ähm Aber irgendwie Ist das für mich Trotzdem noch kein Klasse A-Kampf Aber okay Ist okay Ähm Wir haben jetzt hier Unser nächstes Missionsziel Und das werden wir auch mal kurz Ähm Erledigen Es ist ein Klasse B-Kampf Finde ich Aber Die Klassen sind sowieso Ganz komisch aufgeteilt Finde ich Ganz komisch Ich meine Bei Klasse A Sind teilweise Monster dabei Die ohne Probleme Zu besiegen sind Und dann sind Monster dabei Die echt kernig sind Es wäre sinnvoller gewesen Wenn man vielleicht Noch eine Klasse S Oder so mit eingefüllt hätte Ich glaube das wäre Ganz praktisch gewesen So ich will jetzt mal Ein paar Buffs bitte haben Dann geht das vielleicht Ein bisschen schneller Ja Ja Hast will ich auf alle Fälle haben Und ein paar Buffs auf Auf dem Gegner Können auch nie schaden Ich Geht's Die können peinen Gar Hörst du auf damit Ist ja ekelhaft Das ist ja eklig So Jetzt will ich Eine kurze Heilung Währenddessen Kannst du Selbst noch ein paar Buffs Verteilen Oh es scheint Das ist die erste Schon tot ist Dann machen wir Jetzt mal kurz Mit dem Blitzschlag Weiter Kurz Trisaster Und einfach mal kurz Den Schockzustand Ein bisschen Erzwingen Und schon ist er tot Wunderbar Dann wieder eine kurze Heilrunde Wunderbar Kurz Flitzschlag Okay Dann können wir eigentlich Auf Kerberus gehen So Wunderbar Was bekommen Ein schönes Naschstein Okay Ist auch was schönes Okay Ja uh 76.000 Haben wir schon wieder Da können wir wieder Bisschen was Verteilen Auch wenn es eigentlich Zum jetzigen Zeitpunkt Echt nicht mehr Viel ist Aber wir erreichen Fast die Nächste Rollenstufe Und das ist was tolles Fast die nächste Rollenstufe Das ist natürlich Was ganz was tolles Das werde ich Wohl Offscreen leveln Dass ich diese Rollenstufe Erreiche Weil So ein Rollenstufenkristall Ist Vor allem jetzt Zum Ende des Spiels Die sind grundsätzlich Ja wichtig Aber Ich finde Dass die Zum Schluss des Spiels Immer wichtiger Und immer wichtiger Werden So Rollenstufenkristalle Das sind was tolles So Und das tolle ist Ist wenn ich mit allen Dann den Kristall Bekomme Dann Verbessern sich ja alle Nochmal in dieser Fee In dieser Stufe Und das ist natürlich Auch was ganz was tolles Was ganz was ganz was feines So Ich würde mal sagen Wir sehen uns dann Im nächsten Part Wieder an unserem Großen Sammelpunkt Der ganzen Missionen Und werden die Nächsten Missionen Bewältigen Also gut Leute Das war dann mein Let's Play Final Fantasy 13 Für heute Ich danke euch fürs Zusehen Und bis zum nächsten Mal Ciao Bis zum nächsten Mal